Künstliche Intelligenz. Sie dringt in alle Lebensbereiche vor und bringt der Menschheit enorme Fortschritte, etwa in der Medizin. KI erkennt Krebs im Röntgenbild viel schneller. Sie macht komplizierte Texte im Nu verständlich, hilft bedrohte Arten wie Gorillas zu schützen oder unterstützt bei der Suche nach einem neuen Job. Doch KI wird auch missbraucht, etwa für Desinformation. Deepfakes, ob Fotos, Videos oder gefälschte Nachrichten. Sie überschwemmen das Netz. Deshalb hat die EU ein Gesetz verabschiedet. Es regelt künstliche Intelligenz, verbindlich für alle EU-Staaten. Auf Englisch AI Act. Der AI Act teilt KI in vier Risikoklassen ein. Von einem niedrigen, begrenzten, hohen bis zu einem inakzeptablen Risiko. Letztere Systeme sind in der EU verboten. All das ist auf 400 Seiten geregelt. Die weltweit erste Regulierung von KI kann europäischen Unternehmen nützen, auf die Wirtschaft. Der AI Act ist der erste umfassende Rechtsrahmen eigentlich für die Behandlung von künstlicher Intelligenz, von der Entwicklung bis zur Anwendung. Dieser AI Act soll Vertrauen schaffen, Vertrauen einmal bei den Anwendern und auf der anderen Seite auch Planungs- und Rechtssicherheit für die Unternehmen, die diese Technologie entwickelt. Das ist, sage ich mal, grundsätzlich erstmal zu begrüßen. Vertrauenswürdige KI als Produkt, als Exportschlager von Europa in die Welt, glaube ich, das kann funktionieren. Doch was bedeutet der AI Act für Unternehmen konkret? Die Stepstone-Gruppe, eine der weltweit führenden Online-Job-Plattformen in Düsseldorf, gewährt Einblick. Künstliche Intelligenz hilft zwischen Jobsuchenden und Firmen, die beste Übereinstimmung, ein sogenanntes Perfect Match zu finden. Dafür optimieren die Stepstone-Mitarbeiter die Stellenausschreibungen mithilfe von KI. Die schlägt zum Beispiel vor, statt Kraftfahrer das Wort LKW-Fahrer zu benutzen. Das würde häufiger gesucht, so die KI. Neu durch den AI Act. Er verpflichtet die Firmen, KI so zu programmieren, dass Bewerber nicht wegen ihrer Hautfarbe, ihres Alters oder Geschlechts diskriminiert werden. Wenn wir jetzt künstliche Intelligenzmodelle trainieren, besteht Gefahr, dass sie erstmal diese Vorurteile einfach mit übernehmen und sogar noch verstärken können. Deswegen ist bei der Entwicklung von solchen Algorithmen ganz wichtig, dass ich die menschlichen Vorurteile eliminiere und wirklich vorurteils- und diskriminierungsfreie Entscheidungen treffe. Und da hilft der EU-AI-A-Act, weil er genau das reguliert, dass Entscheidungen, die auf Basis von künstlicher Intelligenz getroffen werden, diskriminierungsfrei und fair sind. Nach dem AI Act gilt eine KI als hochriskant, wenn sie Personen biometrisch identifizieren oder Rückschlüsse auf persönliche Merkmale von Personen vornehmen kann, wenn sie für den Betrieb von kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden oder Bedarbungen wie beim Jobpartei Stepstone filtern kann. Jede hochriskante KI muss künftig extra getestet werden. Das kann für kleine und mittelständische Firmen in Testlaboren, den sogenannten Sandboxes, geschehen. Der AI Act schreibt vor, in allen EU-Ländern solche Testlabore einzurichten. Noch ist das in Deutschland nicht passiert. Und es gibt Zweifel, ob die Tests später einheitlich laufen werden. Und Hochrisiko KI benötigt ein Testzertifikat. Nur dann darf eine Firma sie einsetzen oder verkaufen. Ohne das Zertifikat ist ihre Anwendung verboten. Wer die Vorschriften nicht erfüllt, dem droht der AI Act Geldbußen von bis zu 15 Millionen Euro an. Die vielen Regeln verunsichern die Gründerszene. Startups setzen nun eher auf die Entwicklung risikoarmer KI. Denn da gibt es nicht so viele Vorschriften. Gründerin Vanessa Thäl ist froh, dass der AI Act die Software, die sie und ihr Team entwickelt haben, als risikoarm einstuft. Ihre KI ist eine Art Übersetzungsprogramm für schwierige Texte. Ein Beispiel. In seiner heutigen Sitzung hat der Senat eine Neubewertung der Alternativen einer Kühlbrandquerung vorgenommen und eine Empfehlung für den Ersatzneubau einer Brücke über den Kühlbrand beschlossen. Genau, jetzt gebe ich diesen Text einmal bei uns ins Tool ein, klicke auf Übersetzen und dann bekomme ich innerhalb von ein paar Sekunden einen Vorschlag, wie ich den Text in kürzeren Sätzen eine Aussage pro Satz und leichter und verständlicher wiedergeben kann. Für sehr viele Menschen in Deutschland dadurch erst verständlich, was eigentlich gemacht wird. Und gerade bei einem Thema, was ja für alle BürgerInnen irgendwie relevant ist und wo man ja auch wissen möchte, was passiert eigentlich in meiner Stadt und wo kann ich vielleicht auch mitentscheiden. Also es sind ja genau diese Themen, die wichtig sind für die Demokratie oder auch Vertrauen in die Kommunen. Hochrisiko KI zu entwickeln, so meint Vanessa Thäl, werden Gründer wegen des AI Act eher meiden. Um solche Sachen möglich zu machen, braucht man Zeit und Geld. Und gerade bei jungen Firmen, die Innovation vorantreiben, ist beides Mangelware. Diese jungen Leute studieren noch am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Sie entwickeln gerade eine KI, die Gorillas identifizieren kann. Bewegungsprofile sollen helfen, die bedrohte Art zu schützen. Da wir eine so große Datenmenge haben, dass die kein Mensch tatsächlich auswerten kann und verarbeiten kann, nutzen wir künstliche Intelligenz. Und der Job nachher ist zu sagen, hey, wo sehen wir hier eigentlich Gorillas? Diese Gorillakörper dann auszuschneiden, zu unterscheiden, hey, sind es hier verschiedene Gorillas? Sind es die gleichen Gorillas? Dann können wir das nachher unserer AI sagen als Trainingsdaten, um dann das tatsächliche Modell zu trainieren, was gegeben einem beliebigen Bild sagen kann, hey, das ist Gorilla A, B, C oder D. Obwohl der AI Act für die Wissenschaft nicht gilt, macht sich Professor Demelo Sorgen. Denn der Technologietransfer von der Uni zu den Start-ups gelingt nur, wenn die Rahmenbedingungen es erlauben. Es wäre natürlich schlimm, wenn jetzt für jedes neue KI-System erstmal langwierige Verfahren durchlaufen werden müssten, die eventuell sehr kostspielig sind. Zudem kommt es jetzt darauf an, wie schnell die Mitgliedstaaten die Vorschriften umsetzen, heißt es im neuen KI-Büro in Brüssel. In dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz ist die Geschwindigkeit ein zentraler Faktor. Die Mitgliedstaaten müssen gleichzeitig sehr schnell jetzt die zertifizierten Stellen ernennen. Solche Zertifizierungsstellen müssen Hochrisiko-KI-Systeme freigeben. Allerdings, der AI Act lässt den Mitgliedstaaten dafür zwei Jahre lang Zeit. Jede Verzögerung wird KI made in Europe ins Hintertreffen bringen. Jede Verzögerung wird KI-Büro in Brüssel. 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 Vielen Dank.